Ich bin mal wieder in Australien unterwegs, weil Australien einfach zu gut ist. Und jetzt rennen wir straight up in den Norden, denn der Wind sagt, Algen, im Norden ist es schön, ab auf die Straße, Somog wieder. Also rennen wir jetzt hier ab in den Norden, dem Wind entgegen. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier im Norden entdecken. Algen, der Norden Australiens. Ja, laufen wir los. Also, Attacke Vollgas. Ich bin nach wie vor ausgerüstet mit den Ballermännern. Also von Kaliber oder von Tiergröße 2 bis 6. Da haben wir das hier, 2 bis 6 mit der ganz normalen Ranger. Und die Ranger, da bin ich ja schon ganz zufrieden mit, schön dekoriert, andere Optik. Und hier mit der Zarsa. Zarsa, der 308 Stalker. Die macht richtig gut Bams. Die hat einen ganz geilen Sound. Mag ich sehr. 4 bis 8. Also, die beiden, die sollen es sein, die beiden Gewehre. Und damit decken wir auch an für sich die meisten Tiere hier ab. Jetzt muss ich natürlich schauen, was wir hier alles haben. Ich denke mal nicht, dass wir hier Krokodile haben. Aber gegebenenfalls haben wir hier Kangaroos. Kangaroos. Püppeln hier vielleicht rum. Oh wait, guck mal hinter mir. Und, was ich auch dabei habe, praktischerweise, immer noch oder schon wieder oder immer noch oder schon wieder, den Tripod. Denn mit dem Tripod kommt man doch, glaube ich, ganz gut klar. Aha, da liegen die Kangaroos schon rum. Guck mal da, 7er. Ruhig. Stufe 4. Ne, doch. Stufe 4. Da noch einer. Neun legendär. Wait a minute. Den nehmen wir doch mit. Die kriegen wir nicht angelockt, ne? Es gibt nicht irgendwie so einen Känguru-Ruf, oder? Ich weiß gar nicht, wieso ein Känguru macht einen. Wie macht ein Känguru? Wie macht denn ein Känguru? Oh, jetzt steht er hier rum. Ja, komm ran hier. Ey, 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 ey. Jetzt hat er sich versteckt, oder was? Der ist doch gerade rumgehöppelt, der Neuner. Also, wie machen wir das? Die sind 150 Meter fast entfernt. Das ist perfekt von der Entfernung. Ich habe echt den Eindruck, dass das Tripod-Ding noch weniger Scheuchwirkung hat. Ist dir das auch aufgefallen? Ich habe doch vor kurzem erst probiert. So auf 150 Meter war es okay. Und unter 150 Meter hat es dann doch wieder gescheucht. Ist das geändert? War das schon immer anders? Gibt es da wirklich irgendwelche handfesten Infos zu? Wie weit die Scheuchwirkung ist beim Aufbau des Tripods? Beim Auf- und Abbau? Ich meine, das klappert ja schon ordentlich, ne? Der Hochsitz. So, warte mal. Wo war das da? Siebener. Und rechts daneben war der Legendäre. Zwischen den beiden. Hier war der Legendäre. Ich muss da jetzt hin. Wie gehen wir da am besten hin? Wir haben... Wir haben, wir haben... Da sind die. Die sind in so einer Delle. Also entweder gehe ich jetzt hier hin, geht aber nicht wegen dem Wind. Dann wäre ich da und würde den Wind genau dahin pusten. Das heißt, ich muss nach da hin gehen. Also, ich probiere es einfach nochmal. Direkt zur Base geportet. Und jetzt von hier aus. Wir machen mal die Markierung. Da vorne sind sie. leise, langsam, außen rumrennen. Vor denen quasi weg. Auf 150 Meter. Und dann hier diese Kurve. Und ich hoffe, dass ich die dann von da hinten aus irgendwo entdecke. Es ist hier so ein leichter Hügel, das Ganze. Wir sind hier schon irgendwo auf dem Hügel. Und die sind halt so leicht dahinter. Das wird nicht so easy. Aber soll es ja auch nicht. Es soll ja auch ein bisschen Challenge sein hier. Das ist ja gut. Gerade wenn das hier so weit ist. Oh, hier waren noch diese Ziegen. Fällt mir gerade ein. Ja, Mann, hier waren diese Ziegen auch noch. Hm. Auch nicht schlecht. Lol. Genau diese. Wildziegen. Da, 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 noch eine. Und dann, oh mein Gott. Einen Vierer Wildziege. Oh, wenn ich jetzt da auf die Wildziege baller. Auf 150 Meter. Auf 180 verscheuche ich doch dann die nächste, oder? Oh, das ist eine Dreier und das ist eine Vierer. Ist eine Vierer Wildziege gut? Ach, komm, allen. Weil ich hab das, hab ich. Nachher kriege ich die ollen Kängurus nicht. Und die Vierer Wildziege, allen, die soll ich doch kriegen. So, komm, schöner Winkel hier. Durch die Bäume wieder durch, was ich ja überhaupt nicht mag. Zack, das ist eine Einser, 150 Meter, Stufe 3. Nehmen wir also den ersten Ballermann, schön auf 150 Meter. Zack, zack, holzen wir auch nochmal drauf. Zack, die kriegt auch noch einen in den Arsch. Und nochmal einen davor. Und nochmal einen hinterher. Und nochmal einen fürs Aroma. So, haben wir die Kängurus ordentlich verschreckt? Boah, ist natürlich gar nichts zu sehen, ne? Ist natürlich gar nichts zu sehen. Aber, Wildziegen, die haben wir schon mal. Dann kann ich immer noch gleich so den Kangaroos. Die sehen aber auch schon ganz cool aus, ne? Ja, die Ziegen, ey. Mit ihren fetten Hörnern und Gewein. Beziehungsweise Bärten dann da drauf. Das ist nochmal eine Vierer, Alter. Ich baue da hier nochmal ein bisschen rum. Hund, macht Platz. Ich muss nochmal ein bisschen abziehen. Ja, ich weiß. Auf 150. Vierer. Okay, die haben wir zumindest gut getroffen. Die ist viel zu schnell allen. Wie soll ich da reagieren? Die ist auch zu weit weg. Trivial 1er. Die rennt einfach rum wie wild. Wo war es das, oder wie? Nochmal eben eine runde Scan. Hier unten liegen schon einige rum. Das ist gut. Okay, die werden dann alle auch schon verscheucht sein. Weit und breit. Da muss ich gleich auf jeden Fall suchen gehen. Lecko, funny. Aber sitzt. Hat erwischt. Hat gewirkt. Also. Zack, zack. Wieder einpacken. Zurück auf den Ballermann. Tipptopp. Tipptopp. So Moke wie das. Joa, gefällt mir. Besser als die normale Färbung. Gerade bei der Ranger. Die sieht immer so blechern aus, das Ding. Goldwertung. Goldwertung. Ziege. Schön mit der Basis. Mit der ersten Waffe, die man hat. Schön hier. Beide Lungenflügel durch. Knapp übers Herz getroffen. Siehste. Sieht auch richtig cool aus. Joa. Kann man machen. Schickes Ding. Mitgenommen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir schicken mal den Hund auch so ein bisschen. Da hat er ein bisschen was zu tun. So, Feini. Go, go. Irgendwo hier müssen jetzt noch zwei Stück rumliegen. Da ist noch irgendwo eine Blutspur. Hier ist die andere Blutspur. Das heißt, die andere liegt dann da drüben eher. Können wir gleich direkt rüber rennen. Blutungsgrad 25. Jawohl, da liegt es auch schon. Perfekt. Erstmal loben. Na, kriegst du es hin? Joa, Feini. Tipptopp. Platz. Schön. Danke. Jawohl, Ski. Bam, bam. Auch Doppelschuss. Rabams. Einmal komplett und einmal immerhin noch bis in die Leber rein. Lebenswichtiges Organ und damit Bronzewertung. So, nächstes Ding verfolgen. Komm. Ist sie? Alter Bänger, ey. Tatsächlich. Ja, komm, gib Gas. 50 Prozent. Sehr geringe Blutung, aber sollte auch liegen. Und mal eben hier runter gucken. Ja, die Area ist natürlich auch chillig, ne? Mit diesen ganzen Hügeln und so. Einfach alle Maps, wo man so weit gucken kann. Mega nice. Das einzige, was ich mir echt noch wünschen würde, einfach weiter noch, ne? Nicht nur irgendwie hierbei, was ist seit 420 Meter Ende, sondern dass man eben noch weiter gucken kann, noch weiter ballern kann. So richtig schön long distance, das wäre doch der Oberburner, ey. Überlege ich mal, es gibt so richtig, so richtige, oh, was hier? So richtige Scopes, womit man also auf 600 Meter oder was richtig schön auf Distanz, richtig schön drüber aimen und so weiter und dann Wind berechnen, übelst den Sniper raushängen lassen. Komplett übertrieben, Alter. Weitgerecht natürlich, klar. Klar, immer weitgerecht. Immer weitgerecht. So. Weitmannsgerecht. Ich glaube, das ist am treffendsten. Jaha. Alter, wo führst du mich denn hin, Alain? Bist du dir sicher, dass die Ziege ins Wasser gerannt ist? Bei mir ist sie irgendwie... Naja. Naja, ich vertraue ihm mal, ey. Aber so langsam muss auch mal Ende sein hier. Weil ist mit dem Ding... Lol, 25. Das Schlimmste, was passieren kann am Ende, liegt das Ding doch nicht. Und steht dann da mit halbem Leben noch irgendwo auf der Wiese. Nix zu sehen noch. Wo? Wo, Ziege? Hund? Ich frage dich. Hier kürzt du einfach ein bisschen ab. Jawohl. Und jetzt? Jetzt stehst du da, ne? Jetzt stehst du da, du Armator. Und bist so schlau als wie zuvor. Wildziege. Alter, wenn das die Ziege ist, ne? Da. Dreier. Einser. Da ist noch irgendwas hinten. Schon verscheucht. Da, noch eine dazwischen. Oh, warte, da war eine mit Null. Das ist die mit Null. Lol. Das ist die mit Null. Nein. Al, du doofe Ziege. Null Prozent Leben. Weißt du was? Hast du dir verdient? Null Prozent Leben? Als ob ich dir das jetzt nehme. Einfach überlebt. Einfach die beste Ziege ever. So ein Ding ist das. Als ob ich ihr jetzt das letzte Tröpfelchen Leben wegballer. Auf gar keinen Fall. So. Einfach mal schön Käfgen. Da vorne ruft schon wieder irgendwas. Und ich würde sagen, wir gucken mal. Ich glaube, die Kangaroos, die gammeln da immer noch ab. Und ich sneak mich da jetzt nochmal hin. In den Nahkampf. Auf die neuner. Legendären Kängurus. Oh, da hinten hoppeln welche. Sind die das? Einer trivial. Sechser, Sechser, Siebener schwer. Ist der neuner auch mit dabei? Ist er da mit dabei? Sechser. Zweier, Sechser, Sechser. Das sind die doch bestimmt. Das ist doch bestimmt die Gang mit dem Siebener. Als ob jetzt der neuner hier vorne irgendwo alleine rumliegt. Also, die rennen bestimmt gerade. Oh, hier sind die nächsten Ziegen, Algen. Ich muss ja sagen, die Ziegen finde ich auch echt nice, ne? So eine Albinoziege oder so eine Melanistische. Gibt es doch bestimmt auch. Da ist noch eine. Das wäre doch richtig krass, ey. Da hinten Kangaroons rum. Ich sehe den neuner nicht mehr, Alter. Da hinten zweier, zweier, da ist noch einer daneben. Sechser wieder. Siebener da, siebener und einser. Alter, ohne Scheiß, ne? Was sind das für Gestalten, wie die sich sofort bewegen, ne? Man sieht ja Kängurus eigentlich immer nur so, ja so, hier dieses Hoppeln und so, da siehst du irgendwelche Szenen. Aber wenn die sich so nach vorne schieben auf ihrem Rattenschwanz, ne? Alter, was für abgefahrene Kreaturen. Was für komplett wilde Kreaturen, Alter. Wie so, wie so Riesenratten einfach. Ich sage dir, komplett wilde. Komplett wilde. Okay, die ganzen Einser-Ziegen. Oh, wait, den nehmen wir hier. Den nehme ich mit. Der steht da so stattlich, ein richtiger Ehrenmann. Wildziegen-Oberbabbo auf 120 Meter. Da gehen wir jetzt mal schön rein. Mit dem Oschi hier. Mit der ersten. Wir aimen so ein bisschen drunter und gehen da so schön. Bam. Und bam, nochmal ein Quer rein. Der war, der zweite war nicht. Zack. Oh, der war auch wieder nicht. Oder? 25. Ja doch, hat gereicht. Oh, muss gereicht haben. Der will ja wohl gereicht haben, oder? Alter, jetzt liegen da schon wieder Kängurus rum. Direkt hier im Wald. Aber alles kleine. Da ist ein Sechser. Oh, da. Sechser. Da waren drei Stück gerade. Siebener. Siebener. Zwei Siebener. Kann das? Nicht der Neuner. Neuner legendär. Nicht dabei. So, warte, wo ist jetzt die olle Ziege hin? Okay, weiter geradeaus war die Ziege. Aber dann rennen wir hier quasi schon direkt wieder an den Kängurus ran vorbei. Ich würde ja, glaube ich, doch nochmal so ein Känguru würde ich nochmal mitnehmen. Auch wenn ich eigentlich komplett fies da vor bin. Also sowas Freakiges einfach wegzuschießen. Wie so ein Psychopath. Ja. Aber es ist auch einfach, guck mal, wenn die sich, vor allem wenn die sich so rekeln, weißt du, die liegen so auf dem Boden und fühlen sich so wohl. Weißt du, wie du so nachher Maloche, schön Bierchen getrunken auf der Couch, genau so liegen die da und chillen einfach. Und dann, guck mal da, mhm, schön rekeln. Weißt du, und dann kommt da einer vorbei und schießt sie über den Haufen. Alter, was ist denn mit dir, Alter, stimmt doch auch nicht. Ach, guck mal, hier liegt sie doch. Hier liegt sie doch, die arme Ziege. Ey, zack, erwischt. Oha. Ah, verdammt, doch dreimal getroffen. Doch dreimal getroffen. Ah, 127 war aber nicht mal Gold. Nicht mal Gold. Aber sieht cool aus. Sieht einfach cool aus. Nehmen wir einfach mit. Und jetzt gucken wir doch nochmal nach dem entspannten, mhm, nach dem entspannten Kängurus. So, ab auf den Hochsitz. Da hinten kommt nochmal eine Ziege. Und da liegen die jetzt auch so ein bisschen in der Mulde. Ich sag mal, mindestens ein Siebener hätte ich ja schon gerne. Die waren ja gerade eigentlich ganz gut zu sehen, die Siebener. Da, na, guck mal. Ein Sieben, oh wait. Und daneben ist ein Dreier. Oh, okay, das ist mies. Das ist mies. Jetzt gucken wir gerade nochmal rein. Komme ich da näher ran? Ja, aber nicht so wirklich. Okay, das ist das Siebener. Und das ist ein Dreier. Entfernen wir nochmal schnell überprüfen. Wir sind hier bei, okay, ich muss ein bisschen drüber aim, 170 Meter. Also probieren wir unser Glück. Okay, das ist auch schon umgekebt. Und die anderen sind auch schon alle weg. Na, ich hoffe, das war gut getroffen. Und da sind wir auch schon in der Area. Na, guck. Also, hier haben wir die Spots. Und da liegt er auch schon. Gar nicht weit gekommen. Acht Tiere sollen hier sein. Tödlicher Treffer, jawohl. Da hinten meckert einer rum. Not amused. Verständlich. Goldwertung. 390. Immer noch 100 Punkte drunter. Lunge komplett durch. Krault sich gerade die Pocke. Jawohl. Schön chillig. Alter, exakt so liege ich auch auf der Couch, ne? Exakt so. Schön Serie gucken. Ist ja klar. Was denn sonst, allen? Ist doch so. Schön gechillt auf der Couch. Ein bisschen rumgammeln. Ja. Eine Hand auf dem Bauch. Und die andere schön ein bisschen chillen und wir trinken, ne? So, Moog wieder. So, zack. Mitgenommen. Goldwertung. Und wo war denn der andere? Habe ich den komplett verschossen? Kann ich mir nicht vorstellen, Anna. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Habe ich den verschossen? Ich glaube, den habe ich verschossen. Aber total verschossen. Da hinten hoppeln sie noch rum. Weibchen, Weibchen, Weibchen. Siebener Männchen auf 100 Meter. Siebener auf 150. Neuner legendär. Da ist er. Das ist der Siebener. Das ist der Neuner. Fuck, wo ist der Neuner? Willst du mich verkohlen? Jetzt haut der ab oder was? Willst du mich komplett verarschen? Ich renne jetzt hinterher. So, hier waren die gerade. Und da hinten rennen sie rum. Wo ist der Neuner? Wo ist der Neuner? Wo, 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 wo? Siebener. Dreier. Siebener. Zweier. Weiter in die Richtung. Komm, komm, komm. Go, go. Da hinten. Sie biegen ab. Die Schlawiner. Siebener da hinten. Dreier. Zweier. Ja, geht mal schön runter zum Wasser. Hauptsache, ich kann die ganze Zeit von oben runter. Und euch sehen. Dann ist das alles tutti. Oh, splitten die sich? Das ist schlecht. Oh, Sechser. Ist das eine zweite Gang? Oh mein Gott, da rennen sie. Da, neun. Neun, 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 neun. Welcher ist es? Der ist es jetzt. Der leuchtende. Auf 160 Meter. Jetzt Schild. Jetzt Schild. 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 160. Da hinten ist er. 160. Schild. Schild. Schild, Alter. 170 Meter. Oh mein Gott. Jetzt am Wasser. Oh mein Gott. Nicht in den Berg. Oh mein Gott. Geht doch nicht weiter runter, Alter. Voller. Du bist so doof. Jetzt chill doch ein bisschen. 300 Meter gleich. Den vorderen nicht verlieren. Das ist er, der Legendary. Alter. 66 Kilo. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwie... Bis 400er Wertung. 479er Wertung. Da hinten ist er auf 300. Oh mein Gott. Bleib doch mal stehen, Alter. Was ist mit dir? Als ob ich so böse bin. Vielleicht. Komm, 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 komm. Ich muss ein bisschen... Haben wir ihn noch? Jetzt, jetzt, jetzt auf 300. Ach, come on. Jetzt auf 300, Alter. Das war ein Arschschuss. Das war einfach nur ein Arschschuss. Ich kriege überhaupt keinen Puls mehr, Alter. Ich kippe gleich selber um. Ich kriege überhaupt nichts mehr geäumt, Alter. Wo ist er? Oh mein Gott, da hinten sind noch die Ziegen. Fuck. Er war schön neuner. Verschossen. Lecko, Fanny. Und wie der verschossen war. Guck mal, der ist sogar schon wieder zurückgerannt vor Langeweile. Und hat sich gedacht, ach komm, Alter. Vielleicht kann ich einfach wieder zurückrennen. Da liegt er. Und hat sich dann selbst einfach hingerichtet. Mit dem Kopf einfach direkt unter den Stein. Und hat sich gedacht, nee, Alter. Macht überhaupt keinen Sinn mit dem Lümmel, Alter. Der kriegt mich ja nie. Goldwertung abgewertet. 470er. Oh, okay. Das ist ja mies. Okay, das ist ja übelst mies. Das ist ja mies. Ist das mies? Look at this. Okay, das ist ja mehr als mies. Alter, wie unlucky. Quasi unter der Lunge durch. Und so gerade noch das Schulterblatt getroffen. Oder ist das ein Lungenflügel? Nee, das ist ein Schulterblatt. Wie soll, wie war denn das möglich? Fast nicht möglich. Ich weiß gar nicht, wie möglich, Alter. Abgefahren. Ganz, ganz, ganz wilder Scheiß. Krasses, krasses Dingen. Legendär. Ja, legendäre Ratte in Grau mitgenommen. Und jetzt muss ich erstmal einen Spot finden. Und gucken, wo ich hier bin. Ich bin ja marschiert, ey. Ohne Ende. Wenn es dir trotzdem gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder auch mal wieder im Livestream. Petri? Nee, nix, Petri. Weidmannsheil. Bis dahin. 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 Bis dahin.